Endlich haben wir ein Lebenszeichen von Louis Dutton bekommen, beziehungsweise von Campbell Scott, also dem Schauspieler der Louis Dutton in Jurassic World 3, dominieren, spielen wird. Ich habe ja schon öfter angekreidet, dass ich den so ein bisschen vermisst habe in den Trailern und meine Theorie war, entweder er hat eine wirklich kleine, unbedeutende Rolle oder er hat eine sehr große, twisty Rolle, die wir einfach aus den Trailern noch nicht erfahren sollen, beziehungsweise wir sollen nicht mal auf den Gedanken kommen, herauszufinden, wo der Twist in dem Film sein könnte. Warum ich immer wieder von einem Twist rede, ist, weil Laura Dern, die Schauspielerin von Dr. Ellie Settler, noch weit bevor der erste Trailer herausgekommen ist, gesagt hat, Jurassic World Dominion wird sich a. wieder anfühlen wie ein Jurassic Park Film und b. soll das Ganze hier ein Wissenschaftsthriller werden. Das heißt, irgendwie soll es nicht ganz klar sein, was hier eigentlich abgeht. Da wir bisher von Biosyn oder auch von Louis Dutton so gut wie noch gar nichts gesehen oder gehört haben, glaube ich, da ist wirklich was dran. Jetzt hat sich allerdings Campbell Scott zu Wort gemeldet und ja, hier wird es keine Spoiler geben, also nein, hier wird es keinen Spoiler in dem Video geben. Er hat nicht sehr viel von seiner Person preisgegeben. Was er aber gesagt hat, ist sehr interessant. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Louis Dutton ist den Personen, die nur die Filme kennen, eher so ein kleiner Begriff. Da ist eher so dieser Gag hängen geblieben mit Aber um wirklich interessant zu sein, ist diese Figur einfach nicht lang genug im Film gewesen. Was sehr seltsam ist, denn im Buch spielt Louis Dutton eine wesentlich größere Rolle und ist wesentlich gefährlicher, als wir das in den Filmen bzw. im ersten Film gesehen haben. Nur mal so als Beispiel, er versucht im zweiten Teil Sarah Harding zu ertränken und so ein Kram. Louis Dutton nimmt zum Teil die Rolle ein, die Peter Ludlow in den Filmen eingenommen hat, zum Beispiel den Tod von Peter Ludlow in Jurassic World, äh, Jurassic Park 2, The Lost World. Den bekommt Louis Dutton in den Büchern. Warum reden wir jetzt hier über die Bücher, obwohl wir eigentlich über die Filme reden wollen? Ich fange jetzt an, den Twist zu den Filmen rüberzunehmen, denn Campbell Scott hat so ein bisschen über die Rolle des Louis Dutton gequatscht. Dazu müsst ihr auch wissen, dass die Rolle umgesetzt wurde. Cameron Thor war noch im allerersten Jurassic Park Film 1993 der Louis Dutton gewesen. Der wurde dann aber aus bestimmten Zwischenfällen rausgenommen, aus dem Ganzen. Und jetzt haben wir eben Campbell Scott. Kurzer Side-Fact. Cameron Thor hat in einem Interview mal erklärt, dass Steven Spielberg ihn nach seiner abgedrehten Szene aus Jurassic Park 1 sich zur Brust genommen hat und hat zu ihm gesagt, bleib du bereit, bleib am Telefon, ich werde dich für Teil 2 wieder anrufen. Fällt dann, dass wir Louis Dutton in Jurassic Park 2 nicht mehr bekommen haben. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video dazu, wie das passiert ist. Jetzt haben wir auf jeden Fall Campbell Scott als Louis Dutton. Und ich freue mich darüber, weil ich mag Campbell Scott. Hat der nicht auch Peter Packers Vater gespielt in The Amazing Spider-Man? Auf jeden Fall erklärt Scott, wie er sich auf die Rolle des Louis Dutton vorbereitet hat. Und er erwähnt auffällig viel vom Buch. Er sagt, dass es die eine Seite der Fans gibt, die ihn auf die Filme ansprechen, die anderen sagen aber eben, ey, Louis Dutton aus dem Buch. Und er dachte sich erst noch, das sind noch zwei komplett verschiedene Figuren, weil Louis Dutton aus den Büchern wirklich heftige Sch*** abzieht. Daraufhin hat er sich von der Figur Louis Dutton aus den Büchern inspirieren lassen. Und das hat mich so ein bisschen aufhorchen lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir Louis Dutton nicht nur aus reingem Fanservice zurückgebracht haben. Ich glaube, dass hier wirklich mehr dahinter steckt. Zum einen wird hier der Grundgedanke ausgeführt, dass das Ganze eine Great Conclusion, also das große Ganze ist. Und ich glaube, dass man hier wirklich eine Geschichte erzählen will, in der Louis Dutton nach Jurassic Park 1 bereits immer die Fäden in der Hand hatte. Ich habe dir dazu schon mal ein Video gemacht, warum ich glaube, dass auch Louis Dutton dafür verantwortlich ist, dass der Jurassic World Park überhaupt eröffnet wurde. Das Video habe ich dir jetzt mal hier oben verlinkt, das kannst du dir gerne anschauen. Des Weiteren geht Scott auch auf die Funktion von Biosyn aus den Büchern ein. Bei Biosyn kennen wir aus den Filmen eigentlich gar nicht, meine ich. Ich wurde das jemals erwähnt, ich glaube nicht. Und Biosyn ist eben eine Konkurrenzfirma zu Ingen, die aber immer im Hintergrund agieren mussten, beziehungsweise immer im Schatten von Ingen standen, weil Ingen eben die Technologie gefunden hat, um Saurier zu erschaffen, beziehungsweise hatten die eben den Vorteil, dass sie die DNA von den Dinosauriern bekommen haben. Die hatte Biosyn eben nicht. Die hatten dafür andere Forschungen gemacht, die mit Biotechnologie zu tun hatten. In den Büchern erfahren wir zum Beispiel, dass Biosyn eine Art Zellaustausch geforscht hat, dass man durch seine eigenen Geruchszellen rausziehen kann und kann neue implantieren, damit man immer nach seinem Lieblingsduft riecht. Geil, aber als schwach gegen die Saurier John Hammond erschaffen konnte. Aus diesem Grund hat Biosyn, beziehungsweise Louis Duttson, auch Dennis Nedry beauftragt, die DNA der Saurier, diese Embryos, aus dem Jurassic Park zu klauen und eben zu ihm zu bringen. Interessant hierbei ist, dass Scott sogar darauf eingeht, warum Louis Duttson nicht früher aktiv geworden ist. Er erzählt in dem Interview nämlich unter anderem auch, dass Duttson bisher für Biosyn gearbeitet hat. Inzwischen ist er aber der Leiter, ein Anführer dieser Firma. Und gehen wir jetzt nochmal auf die Theorie von mir ein, dass Louis Duttson für die Eröffnung von Jurassic World verantwortlich ist. Bei dieser Theorie müsst ihr mir allerdings weiterhelfen. Wann wurde denn Jurassic World wirklich eröffnet? Ich habe jetzt irgendwas gelesen von wegen 2005, das kommt mir ein bisschen extrem früh vor. Würde 2013 Sinn machen? Wenn ja, wäre das ein Indiz dafür, dass Louis Duttson hinter allem steckt. Denn laut dem offiziellen Dino-Tracker, der Website, wo wir eben Dinosaurier und Orte lokalisieren können, und eben auch Biosyn Valley, ist Louis Duttson seit 2013 Geschäftsführer von Biosyn. Würde es also Sinn machen, dass wenn Jurassic World im Jahr 2013 eröffnet worden wäre, also zwei Jahre bevor der eigentliche Film spielt, dass Louis Duttson da seine Finger im Spiel hatte. Schreibt mir das mal in die Kommentare unten rein, ob das Sinn ergibt oder ob Jurassic World wirklich im Jahr 2005 eröffnet haben soll, was mir ein bisschen früh vorkommt. Was ich euch mit diesem Video einfach nur klar machen wollte, Louis Duttson wird eine große Rolle spielen. Also eine größere Rolle, als ich angenommen habe, der steckt hinter irgendeinem großen Plan, den wir jetzt in diesem Film erfahren werden und wird nicht einfach nur als Randfigur da rumrennen und dann kurz vom Giganotosaurus gefressen werden. Auch der Grund, warum er diesen Dinosaurier erschaffen hat, wird in diesem Film noch erklärt werden müssen, weil das muss einen Grund haben, warum wir in den ersten fünf Minuten des Films sehen, wie der T-Rex den Kampf gegen den Giganotosaurus verliert. Warum zeigt man uns das? Warum zeigt man uns, dass diese Mücke die DNA vom T-Rex genommen hat und wir aus dieser DNA quasi einen neuen Rex gezüchtet haben? Warum wird uns das gezeigt? Das muss im Film später irgendwie einen Zusammenhang haben und ich glaube, Louis Duttson, Giganotosaurus, das alles wird ein großes Sinnbild geben. Was meinst du dazu? Schreib es mir in die Kommentare. Damit bin ich erstmal raus für heute mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, ciao. 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 Vielen Dank.